Ich wünsche mir halt mal irgendjemand bitte, mir das mal beständig erklären. Also ich stehe an der Bastion, du bist nicht da. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Getarnt als was? Steinhaufen? Getarnt als krasser 13. Krieger. Ach, da unten kommt dann nach ner halben Stunde. Ich bin grad auch komplett hinterher gelaufen. Hallo? Ich bin hierher voll. Ja, ich hab jetzt ein Boot. Ja. Kann ich hier irgendwo runterfallen? Ja. Aber der Konzept hat jetzt geklappt. Okay, der Laser kam überraschend. Das ist cool oder? Ja, mach den letzten Schlag mir hier. Boah. Das war geile Hilfe, Alter. Episch.